Es wird eventuell der beste Abend meines Lebens und damit ein herzliches und kräftiges Willkommen zu Let's Play Story Game Abend HD mit Papa Flatte, heute mein Gast. Und ja, ich muss eine Sache sagen, Kevin, ich bin offen und es wurde dir so oder so schon häufig geschrieben und ich meine, das ist vielleicht ein gutes Zeichen darauf, dass wir vielleicht zu viel Zeit miteinander verbringen. Ich habe das Spiel gestern nach meinem Stream installiert und habe den PC verlassen. Ich habe das Spiel heruntergeladen. Nein, Bro, sag mir jetzt nicht, du hast, warte mal, meine Kamera ist gerade abgestürzt. Ich habe das Spiel heruntergeladen, aber der Installier-Button danach ist nochmal eine kleine Trap, weil der dauert gerade ein bisschen. Bruder, was hast du, Digga? Windows XP? Da muss ich dir ganz gut sagen, Windows XP. Alter, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre und ich hätte das jetzt irgendwie gemacht, Bruder, du hättest so gehatet. Du hättest so gehatet.